Der Mercedes-Benz Windsurf World Cup Sylt ist mit viel Wind und gutem Wetter in das Eröffnungswochenende gestartet. Der erste Herbststurm des Jahres verwandelte die Nordsee in eine perfekte Location für die besten Waverider der Welt. Am Samstag zeigte sich der Wind milder und mit dem ersten Rennen im Wind voll feierte eine neue Disziplin Premiere auf Sylt. Zudem konnte am Montag bereits die dritte Disziplin am Brandenburger Strand ausgetragen werden. Die Zuschauer erlebten eine fantastische Show. Bei bis zu acht Windstärken und drei Meter hohen Wellen waren die Surfer in ihrem Element und zeigten spektakuläre Sprünge, blitzschnelle Loopings und rasante Wellenritte. Für die Teilnehmer ist das größte Windsurf-Event der Welt die letzte Station auf der PWA World Tour. Die Topfahrer wurden ihrer Favoritenstellung gerecht. Auch heute waren beste Windbedingungen und die vierte Disziplin Slalom konnte gestartet werden. Im Rahmen des Windsurf World Cup Sylt 2016 präsentierte GPJewel das neue Geschäftsfeld Connect und bringt Vorreiter in der Anwendung erneuerbarer Energien zusammen. In einer Gesprächsrunde wurde über das Konzept, Strom aus erneuerbaren Energien und Mobilität zusammenzubringen, gesprochen. Wir wollten heute eigentlich den Auftakt machen von unserem neuen Produkt GPJewel Connect. Und damit wollen wir es schaffen, die Erzeugung vom Strom mit dem Verbrauch von Strom zusammenzufügen. Wir haben hier ein paar Beispiele auch mit dabei. Wir haben ja unseren Container hier auf der Promenade stehen und zeigen dort, wie man mit Elektromobilität, sprich mit E-Bikes oder eben auch mit Ladesäulen nachher seine Elektroautos versorgen kann. Und das Ganze mit erneuerbaren Strom, den man auch vielleicht selber erzeugen kann, auch aus seinem eigenen Haus. Sylt ist eine coole Insel. Da freuen wir uns immer drüber, hier zu sein, weil Sylt ist ein tolles Schaufenster für ganz Deutschland. Das sind heute, denke ich, mal viele aus dem übrigen Bereich von Deutschland hier. Und das ist natürlich ein toller, man kriegt ja ein tolles erstes Feedback vom Markt. Und als Insel selber mit dieser Naturverbundenheit, glaube ich, da passt unser Produkt auch sehr gut rein, weil wir im Endeffekt hier auf 100 Prozent erneuerbare Energien natürlich achten, um eigentlich auch das alles hier so lebenswert zu behalten, wie es auch im Moment ist. Der Autozuganbieter Railroad Development Corporation nahm aufgrund der Belastung der Strecke den Betrieb nicht während der Hochsaison auf der Insel Sylt auf. Auf der Homepage des Unternehmens findet man die Information, dass ADC ab Herbst 2016 unter der Marke Autozug Sylt mehrmals täglich Fahrzeuge von bzw. nach Sylt transportieren wird. Doch auf der Strecke findet weiterhin nur der Probebetrieb statt, um das Material zu testen, das Personal zu schulen und die Koordination mit dem Terminalbetreiber einzuüben, heißt es seitens des Autozuganbieters. Bei Nachfrage von Sylt 1 bei ADC konnte man uns keine Auskunft geben, wann der Start angesetzt wird. Laut Pressesprecherin Maike Quentin stammen die derzeitigen spekulativen Nachrichten über eine mögliche Betriebsaufnahme im Dezember nicht vom Unternehmen und sind aktuell auch nicht wahrheitsgemäß. Zudem wird ein Start im Herbst 2016 auch ausgeschlossen. Es gelte weiterhin, dass ADC unter Hochdruck daran arbeitet, den kommerziellen Betrieb des Autozug Sylt zeitnah zu starten. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Verfahren um den Fluglärm auf Sylt, mit denen sich das Oberlandesgericht in Schleswig beschäftigte. Infolge der niedrigen Lärmwerte wurden inzwischen alle Verfahren bis auf eine Klage eingestellt. Seit Juli klagen zwei Frauen in einem Berufsverfahren gegen den Flughafen Sylt. Im September schlug das Gericht einen Vergleich zwischen dem Flughafenbetreiber und den Klägerinnen vor. Nun haben die beiden Frauen den Vergleichsvorschlag abgelehnt. Sie wollen grundsätzlich klären lassen, wie viel Lärm im touristischen Umfeld verträglich ist. Es wird ein neues Gutachten in Auftrag gegeben, um zu sehen, ab welcher Dezibelzahl eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Dabei wird auf Sylt die touristische Lage berücksichtigt. Momentan gelten 60 Dezibel als Grenzwert. Bei einer Messung vor einigen Jahren waren 56 Dezibel das Ergebnis. Heute wurde das neue geplante Bürgerbegehren für die Geburtenhilfe in Nordfriesland von den Initiatoren Lars Schmidt, Lasse Lorenzen und dem Führer Markus Herpig vorgestellt. Die Initiative will sich für Geburtenstationen im Kreis Nordfriesland einsetzen, damit Frauen ihre Kinder wieder in Kliniken auf Sylt oder Föhr auf die Welt bringen können. Wir haben festgestellt, nach der Schließung der Geburtenstation auf Sylt, dass in einer Art Salami-Taktik nach und nach die Geburtshilfe in Nordfriesland aufgegeben wird. Nach Sylt kam Föhr, dann kam Nibel und Husum ist für mich noch eine Frage der Zeit. Und ich befürchte, dass es nicht nur bei der Geburtshilfe bleiben wird, sondern anschließend andere Abteilungen, wie zum Beispiel auch eine Gynäkologie, einfach geschlossen wird. Und dementsprechend im Zuge dieser ganzen Zentralisierung im Land Schleswig-Holstein ist noch ganz wenige Klinikstandorte gegeben, die eine Vollversorgung anbieten und ländliche Regionen unterversorgt werden. Unser Ziel ist es natürlich mehr als die notwendigen zu erreichen, aber vier Prozent der Bevölkerung muss mit unterschreiben. Wobei wir natürlich sagen, bei ungefähr 164.000 Nordfriesen, dass wir nicht bei 6.000 Unterschriften aufhören. Unser erklärtes Ziel sind über 10.000 Unterschriften, um auch deutlich zu machen, dass es ein Thema ist, was die Nordfriesen interessiert. Auf der letzten Sitzung des Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschusses wurde über den Antrag von Team Sylt auf finanzielle Unterstützung zum Wiederaufbau der Vereinshütte beraten. Die Politiker beschlossen, dem Verein zur Überbrückung der Finanzierung des Neubaus einen rückzahlbaren Betrag in Höhe von 10.000 Euro aus der Sportstättenrücklage zur Verfügung zu stellen. Das ursprünglich auf dem Gelände errichtete Gebäude ist im März diesen Jahres abgebrannt. Nach Auskunft von Team Sylt e.V. soll die Vereinshütte durch Spenden finanziert werden. Aktuell beträgt das Spendenaufkommen rund 27.000 Euro. Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf 35.000 Euro. Nach dem einstimmigen Beschluss des Hauptausschusses der Gemeinde Sylt zur Dachsanierung der Alten Post in Westerland begannen die ersten Arbeiten am Gebäude. Die Erneuerung des Daches wird ungefähr je nach Wetterlage ca. 8 Wochen betragen. In der ersten Bauphase wird die vorhandene Dachdeckung abgenommen. Danach wird ein neuer Dachaufbau und Unterdachaufbau errichtet. Zudem wird gleichzeitig der Brandschutz, Fluchtwege und Fluchtfenster für die Mietwohnungen eingesetzt. Die Kosten für die Dachsanierung betragen ca. 340.000 Euro. Am 10. Oktober 2016 beginnen die Arbeiten am 8. Bauabschnitt im Triftkirchenweg am Bahnhof Westerland. In diesem Zuge wird der Bahnweg auf Höhe Rossmann vollgesperrt und der Bereich zwischen St. Nikolai-Straße bis Kierstraße zur Einbahnstraße. Der Verkehr kann nun ausschließlich in Richtung Norden bzw. Osten fließen. Der Kurzzeitparkplatz am Bahnhof Westerland steht ab Montag nur noch zum Ein- und Ausstieg zur Verfügung. Bahnreisenden wird empfohlen, nach Möglichkeit die Bahnhöfe Morsum und Kaltum zu nutzen. Zudem bleibt die Umleitung zum Autozug bis Ende 2016 unverändert. Die Streckenführung verläuft von der Tinnumer Brücke über Dirksstraße, trifft bis zum Industrieweg. Diese Regelung gilt auch für Verkehrsteilnehmer aus Westerland, die den Sylt-Shuttle erreichen wollen. Die Gemeinde bittet alle Sylter und Gäste zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs beizutragen und ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen zu folgen. Die Handball-Männermannschaft des TSV Westerland tritt morgen zu ihrem dritten Heimspiel in Folge an. Nach dem ersten erspielten Punkt am vergangenen Wochenende treffen die Handballer morgen auf die HSG Eider-Harde II. 18.30 Uhr, Samstag, spielen wir zu Hause gegen die HSG Eider-Harde II. Ja, vorgelegt haben wir, den ersten Punkt haben wir geholt, jetzt wollen wir bitte auch einen Sieg holen. Drei Punkte wären superklasse und wer Lust hat, bitte in die Halle kommen. Wir brauchen dringende Unterstützung, das haben wir jetzt am Wochenende gesehen, letztes Wochenende, dass das mit den Fans im Rücken superklasse ging. Hoch und hohen Rückstand wieder aufgeholt und dann unentschieden, ganz klasse. Und wer Lust hat, natürlich vor 16 Uhr ins Stadion zu unserem Freund von Team Sylt. Die spielen Heimspiel, auch wichtiges Spiel vor den Ferien. Dann können wir alle fröhlich und hoffentlich glücklich in die Ferien gehen. Dann können wir alle fröhlich und hoffentlich glücklich in die Ferien gehen.